Willkommen zurück zu einer neuen, wundervoll, wundersamen Folge Saints Row. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein träges Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten und kommentieren. Tja, das Leben ist hart. Frust essen, natürlich. Ich meine, der Körper hier, ne? 4% Körperfett, ballert. Ja, also wie gesagt, kommentieren und bewerten. Ganz easy. Discord-Name in der Beschreibung eures Kommentars, ergibt keinen Sinn. Kein Essen, wow! Nicht mal Eis, eine Waffel und Wodka. Eine gefrorene Waffel und Wodka. Ey, mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Eine gefrorene Waffel und Wodka ist alles, was du brauchst. Voll anstrengend, ne? Oh, calm the fuck on. Vielleicht Strom? Vielleicht Strom? Okay, keine Waffel. Kein Wodka. Welcome back to the cutting room. The premier auction experience for knife connoisseurs of all ages. Our first stop, Lungpiercer. A contemporary update on the classic SHIV. The Lungpiercer. Looks like we got a shopper in Sano Aliso that knows their stabbing implements. Let's bring out the next item. It's been a hell of a day here on the Cutting Room, but I've been saving the best for last. The Judas 3000. If Brutus had had one of these bad boys, he wouldn't have needed the Senate to help stab Caesar. How many knives did you end up buying? Not enough. Oh, shit. Man, don't worry about it. They're totally pissed at me. They'll get over it. Give them time. You mind if I get a drink? You do you, man. Can I have a white wine spritzer? I don't think so. Get in and drive fast. Der Gutz hat also white wine spritzer. Can I have a white wine spritzer? Where's the party? The resort. We gotta move. Try to get a hold of Eli. I'ma call Kev. Come on, come on, come on, come on. You picking up? Nothing. You? No. Fuck, I got a voicemail. Same here. Wait for it. Wait for it. Kev, call me. Das war echt... Echt eine spannende Nachricht. Sergio, you gotta call this off. My friends are in there. I'm the friend you should be worried about. You were taking Los Panteros to war, just because you think Marshall and the Idols embarrassed you. You're saying some shit you're gonna regret, Nina. Call it off or I quit. You ain't gonna quit. Try me. So, meine Frage an euch da draußen jetzt. Wen findet ihr cooler? Die neuen Dudes oder die alten? Die alten Saints. Put it on speaker. Kev, you alright? I'm fine, but Eli... They fucking shot me! You're doing great, Eli. Stay cool. Where are you guys? Eli's behind the bar. I'm keeping them covered. Nina and I are on our way. Keep Eli alive. Got it. Please don't hang up. Eli, listen to me. Nina and I are gonna kill every motherfucker standing between us and you. And that means we're gonna need both hands, okay? Okay. You're gonna be fine. I promise. Irgendjemand hat eben gerade auf mich geschossen. Shit. The Panteros group chat is blowing up. They set up roadblocks on the bridges. We're gonna have to go through your crew, Nina. Los Panteros aren't my crew anymore. Eli and cover all that matters. Sind alle in so einer knallharten Mega-Crew drin. Anscheinend gibt's hier nur diese beiden und dann eben noch Marshall mit seiner Gesetzes-Crew hier. Und trotzdem haben die kein Geld. Last thing I said to Kevin was, ugh. You ready? Let's get our boys back home. Ich mein, die können sich nicht mal eine Waffel leisten. Geschweige denn... Waffel-Eisen-Toaster. So sieht's aus. Ihr habt mich verraten und verkauft. Deswegen werde ich euch jetzt alle überfahren. Alle Gangs sind Schmutz. Jetzt hat es, wir eine eigene Gang machen. Wir könnten sie nennen. Möglicherweise, vielleicht eventuell, Saints. Vielleicht könnten wir sie Saints nennen. Das ist jetzt so eine ganz verrückte Idee von mir. Vielleicht, weiß nicht. Hat der Zukunft der Name? Schreibt's in die Kommentare. Brenne ich? Erholen. Bei der einen Seite brennst du, bei der anderen... Musst du dich erholen? Verdammter Wellness-Ausflug. Nina, bring mir Leute um. Was ist das denn hier für einer? Will you read me hier wieder? Okay, die Idols sind auch gegen uns. Ist irgendjemand für uns? I don't know. Shut the shut up. Kev, Eli. We're here. Wenn Headshots einfach keine Headshots mehr sind, ne? Verteidigen. Alright. Die könnten auch ein bisschen mithelfen. Ich mein, Kev ist doch so ein Toser. You shouldn't have gotten between me and my friends. So. Oh. But it looks like we missed one. Looks like you're gonna back the fuck off. No, 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 no. They're cool. They're with me. If they're with you, then you get to kill them. Guess this is my last Isles party. Okay. You don't need this fucking cult anyway, Kev. Here. Yes, please. I need to get out of here. Not in one piece. Ey, ich brauch noch... Das war jetzt nicht so klug, ich hätte den als Waffe bedudeln können. Okay. Eli, let's go. Oh man, we're in the shit now. We just pissed off the idols and Los Panteros. Yeah. Big time. So let's not hang around until they come back. Agreed, let's move. And this time I'm driving. All right. Let's go. Let's go. Besiege die Gegner. Können wir nicht einfach driven, Freunde? Einfach los driven. Driven and sniven. Gibt es Sinn? Ich weiß es nicht. Ey, ey, ich will... Ride this. Alter, boah, die Apps, ne? Findet ihr bei Frauen Apps hot? Also ich schon. Weiß nicht. Kann schon was haben. Kommt immer auf den Typ drauf an. Und wie der Rest so ist. Aber eigentlich, Bauchmuskeln können schon bei Ladies echt... Echt sexy sein. Schütze deine Freunde. Ich dachte, wir fahren jetzt hier. Let's go. Die brauchen ja ewig lang. Los, Nerd. Dankeschön. Drive, Baby. Drive. Ey, warum nur ne Pistole? Als ob ich nichts anderes verwenden könnte. Echt jetzt? Nice. Nice. Endlich mal hier nicht nur so ein kleines Rotzpistolen-Ding. Mal was mit Bums. Later, Gator. Later, Gator. So, dann rotzen wir sie mal weg. Wenigstens fliegen sie schon. Wenn man sie trifft. Hey, Sucker. Oh nein, hoffentlich ist es keine Lizenzmusik, ne? Ich hoffe, die haut jetzt nicht irgendwelche fiesen Lizenzstücke zwischen rein. Das wäre nicht cool. Ich rede am besten die ganze Zeit. Mach Lärm und Krach und... Bitte. Bitte lizenziert das nicht weg. Was? You need to be? Hat der gerade wirklich gesucht? Wenn du pinkeln musst, denk an Eli. Eli und Pipi is happiness. Ey, das sind wirklich so Missionen, die sind aus dem Jahr 2012. Ja, das ist wirklich so 10 Jahre in der Vergangenheit, das Spiel. Seit wann wurde das denn entwickelt? Fuck, das Ding ist wie ein Boot. Every turn makes it hurt worse. Come on, Boy, come on. We're almost out of this. Wow, da fliegt er weg. To the moon, Baby. To the moon. Oh. These Panteros ain't letting up. Und weg. Und weg. Ja, easy. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Eui, 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 das ist ein Rides. Alter, das sah cool aus. Das sah cool aus. Kev, wo ist die... Yo, Kev. Oh, fuck! Fuck you! Ow! Oh, what are we gonna do? Finish sowing you up? Yeah, and then what? The Idols and Panteros aren't exactly our number one fans right now. Isn't that obvious? We're starting a criminal empire. What? Your car was right, Eli. About everything. Yeah, what the fuck is happening? Guys, we're really good at what we do. So why are we doing it for other people and not ourselves? I mean, you know how to start a business. Kev knows how to get attention. I'm a walking murder party. And Nina, Nina's best goddamn driver in the business. Who could touch us? Hell, we just took on two crews at once and walked away just fine. I was shot. And you're getting a sticker, so quit bitching. I'm in. Fuck yeah. Yeah, let's do it. Okay. Eli? Guys, this is a little crazy. What happened to there being a difference between surviving and thriving? Well, I survived being shot, and now I want to thrive without being shot again. Nina's down. Kev's down. Snickerdoodle is definitely down. Oh, do not bring her into this. Eli, this cat suffers no fools. And neither should you. Ugh. Is that a yes? Yeah, it's a yes. It's our time now. Let's get this shit started. Und so sind sie entstanden, die neuen Saints. Die neuen Heiligen. Endlich. Nice. Wir hatten die Schnauze voll und haben gesagt, ey, machen wir's doch selbst. Easy peasy. Dafür hab ich nicht mein Level abbekommen. Hey, just a reminder, we're having our first company meeting in a bit. Don't be late. Company meeting? Nice Euphemism. I'll be right there. Ey, ich würde echt gerne mal Klamotten einkaufen. Ich brauch einen neuen Look, Leute. Dringend. I don't know, guys. What do you think? I feel like there's a lot we're missing. There is, but it's enough to go on for now. What about criminals? Don't we kind of need more than three if we want to call this thing an Empire? There's four of us. Oh, are you planning on shooting anyone? After that party, I think I'll stick to metaphorical blood on my hands. Yeah, that's less useful when people try to kill us. Nina's right. We need more people. We'll look more legit if we have a home base. You saying we're not legit already? Oh, I love you, but I'm allergic. Yeah, point taken. Alright, let's brainstorm. What would our place need? I gotta be able to host some parties and have more than a fucking galley kitchen to work with. I wanna be able to set up a proper garage to work in. I don't think Sergio's gonna be letting me near the forge anytime soon. That's good. What you got? I don't know, a ball pit? I'm joking. Kind of. I'm kind of joking. It needs to be defensible. We pissed off a lot of people, and let's not kid ourselves, they're gonna try to kill us. You're fun. Hey man, just being real. For me, we need it to be cheap. We don't have a lot of cash, so we'll probably be looking at a fixer-upper. So, we need an open space for the interior, a decent plot of land to build a garage, it's gotta hold up in a firefight, and it's gotta be dirt cheap. Yeah, I'm not gonna lie, it's gonna be a bitch finder. I got it. Holy shit, we are so good at this. There's an old church, near Fort Collins. The sanctuary is huge. I can turn the rectory into a garage. It's condemned, so it's cheap, and it's got a fucking graveyard, so we can stash the bodies. You fucking rock. What are we waiting for? Let's check this place out. Naja, so ein Friedhof ist schon, ne? Kann man direkt die Leichen loswerden, das ist schon nicht dumm. Let's go. I'll drive. Where is this church? Up on third. Oh, that place. Warum zum Geil ist meine Scheibe explodiert? Und warum steigen die anderen nicht ein? Jetzt sind sie drin. The architectural details look amazing. Let me see. Nina, this place is in ruins. I said it was a fixer-upper. There's a fine line between fixer-upper and money pit. Relax. The listing says it's being restored by a developer. John Bland. John Bland? The real estate king of Santo Aliso? Is he the fella on all them billboards? Why does a guy that into self-promotion stick with a name like Bland? Bland is no Rodger McGillicott, but he does restore the place, and we can still get it for cheap. It might work out. Assuming the restorations preserve the original facade, You're not going to worry about preservation when I put in my state-of-the-art kitchen, are you? We can discuss that later. Yeah. 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 Geile Ding, ne? Naja. Deswegen auch Saints. Weil unsere Hauptbasis eine alte Westernkirche ist. Wer auch immer dieses wahnsinnig gute Skript geschrieben hat, ist ein Wow-Genie. Guter Mann. Guter Mann. Das sieht doch top aus. Das sieht doch top aus. Das muss man alles sprechen. Was, wie jetzt? Ich reiß das Ding ein? Alright. Here we go. Who wants to demo a demo crew? Zerstöre die Baustelle. Alright. Kabams. Mein eigenes Fahrzeug habe ich schon mal sehr gut zerstört. Geht halt auch so ein bisschen an die San Andreas Mission. Nur sind die halt nicht so cool wie die San Andreas Leute. Ich glaube, alles ist deswegen so schlecht, weil heute alles so verflucht gewollt ist. Wisst ihr, was ich meine? Früher hat man es den Charakteren irgendwie mehr abgekauft. Man hat einem CJ es mehr geglaubt, dass es irgendwie so einen CJ geben könnte. Tell your boss the fuck off. Heute sind die alle so zu sehr gewollt. Zu sehr gewollt. So, hier nochmal durch. Was ist das hier? Keine Ahnung. Weg. 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 Dixi Klos. Weg. Also easy. Weg. 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 Bunches. Sounds like he's at city hall. All right, who's this? Mr. Bland. I'm calling to take that old mission church off of your hands. Huh? Wait, are you the asshole who just wrecked my demolition site? Listen, fucknut, you set foot on one of my properties again, I'll make sure you can't buy so much as a tool shed in this town. Well, that was uncalled for. Let's go take his ass for a little ride. Machen wir einen kleinen Ride. Let's ride, my friend. Aber den Ride machen wir erst in der nächsten Folge. Also, kleine Bewertung reindrücken, Gewinnspiel, kommentieren, bewerten, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss! Let those how itugs go up here. Thank you for giving her?" Let's finish the Meghan riddle damit. Vil Sign slash triple monet lighting. And we'll be able to throw these.